hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren destiny video von mir ich bin nexus und zeige euch wo xyr dieses wochenende steht es hier unten beim schmelztiegel ich werde dann auch gleich die analyse zu den waffen und analyse zu der rüstung machen wenn ich dann damit fertig bin so hier das inventar viel spaß wie wie Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet das dabei, was ihr euch gewünscht habt.